Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich einen Böller in meinem Zimmer zünden. Das könnte eventuell gefährlich werden, aber da ich nicht so viele Sachen aus Holz in meinem Zimmer habe, obwohl meine Tür, mein Schrank, mein Schreibtisch... Okay, es ist doch gefährlich, ich mache das zu Hause nicht nach. Ich lege dann mal jetzt los, also ich zünde jetzt den Böller an. So er brennt, Leute. Jetzt nehmt euch den 8. Boom.